Mein Kumpel Paul hatte ein Ticket fürs Taylor Swift Konzert in Las Vegas übrig und ich durfte mit. Deshalb habe ich Vanlife Europa kurzzeitig gegen einen Roadtrip durch die USA getauscht. Der heutige Tag startete früh. Aus dem Hotel ausgecheckt ging es zum Büro der Antelope Canyon Tour in Page. Nach kurzen Warten neben diesem Monster Truck ging es mit dem 4x4 Van in die Wüste zum super unscheinbaren Eingang des Antelope Canyons. Wir mussten die Tickets schon Monate im Voraus buchen und dann war alles super durchgetaktet. Man hatte kaum Zeit und wenn man mal stehen blieb, wurde man schon von der nächsten Gruppe weitergeschickt. Trotzdem war es ein wahnsinniges Erlebnis. Wieder draußen ging es für uns zum Frühstücken zu Taco Bell und anschließend sind wir bis ins Valley of Fire gefahren. Die Landschaft hier war so verrückt und man konnte eine kleine einfache 20 Minuten Wanderung zur Firewave machen. Abends sind wir wieder in Las Vegas angekommen und über den Strip zu unserem Hotel für die Nacht gefahren. Bei dieser Aussicht lässt es sich auf jeden Fall leben.